So, guten Tag, liebe Freunde des Ateliers. Heute habe ich einen Überraschungsgast mitgebracht, denn heute ist Afrika in Essen. Margret Giraz-Nivine aus Liberia angereist. Ist zu Gast hier im Atelier und wollte gerne ein paar Worte sagen. Ich gehe dann jetzt mal und tschüss. Liebe Freunde von Ingrid Buckler und dem Atelier Buckler, ich bin vorgestern hier in Essen eingetroffen und möchte meinen Dank zum Ausdruck bringen. Leider konnte ich vergangene Woche an dem Benefiz-Konzert nicht teilnehmen, möchte aber auch allen Teilnehmern an diesem Benefiz-Konzert meinen Dank aussprechen. Und am Freitagmorgen war ich nochmal im Center bei den Kindern und die sagten mir dann, ich soll also den deutschen Freunden recht herzlich danken für die großartige Unterstützung und die sind also sehr, sehr froh, dass sie die Schule besuchen dürfen. Und für mich ist es eine Freude, von den kleinen Stäppchen, die jetzt größer und älter werden, zu beobachten, ihr Selbstbewusstsein und natürlich auch, dass sie gute Noten nach Hause bringen und das ist alles nur durch Sie, durch Ihnen, durch Sie möglich, mein Goodness. Und ich danke Ihnen recht herzlich und bestelle die besten Grüße von den Kindern aus dem Gerlef Community Center. Danke.